Also jetzt bin ich an Bad Nauheimer Kurpark, ja, guck mal, wunderschöne Kirschblüte, wunderschön, ja, der ist ja riesig, der Baum, oh, die schöne Blüte, doch schön, ein kleiner Baum, aber wunderschöne Blüte, ja, sehr schön, hier steht ich unter dem Baum mit vielen Blüten, hätte ich meine Haaren stylen sollen, ja. Das ist eine japanische Melkenkirche, wunderschön, ja, und hier wunderschöne Tulpen, gelbe Tulpen, ja, sehr schön, komplett Tulpenmeer, kann man sagen, ja, wunderschön. Das Wetter natürlich heute perfekt, ja, zum Bildermachen. Auch ein ganz süßer Kaffee, ja, am Fluss entlang, ja, süß aus. Guck, der Park hier ist wunderschön, ja, wunderschön hier in Bad Nauheim, ein kleines Städtchen, aber sehr schön. Und hier haben die auch noch so eine richtig alte Anlage, aber wird, wird neun renoviert, deswegen kann man nicht mehr reingehen, aber wenn es fertig ist, wird bestimmt wunderschön. Hier können die Leute Minigolf spielen, im Sommer ist wunderschön, Minigolf spielen zu können, ne. Also, hier nochmal Minigolf, ja, wunderschönen Baum, wenn die Blätter dann rauskommen, wird noch schöner. Also, riesengroßen Park, sehr schöne Parkanlage. Wow, was ein alter Baum hier. Ah, Horn. Oh, wie riesiger, wie riesiger Baum. Ja, dieser Park hat auch einen wunderschönen kleinen See hier. Wunderschön gemacht, so nach japanischen Style, also kann man nicht meckern. Ganz schön gemacht, japanische Architektur, kann man ja sagen. Und da heißt Cornell Kirche, ja, Mitte und Südeuropa, Kleinasien stammt der. Der ist bestimmt teuer. Schön. Die ist ganz anders als ein anderes Tierchen. Die bracht, wunderschön. Schärf. Ich nochmal. Im Frühling, im Frühling gibt es so viele schöne Blumen. Und jetzt komplett in weiß dieser Kubik. Schärf. Schärf.